Digga, first try, ne? Ich bring zu weit. Alter, Digga, wir sind verloren. Geil, auf so ne Scheiße steh ich, ey. Findest du hier raus? Ich wüsste, du bist so ein Bastard, Alter. Wollen wir sagen, Nina Technik ist erlaubt? Nein! Nein! Wuff! Unser Herbst Willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet heute! Litau Megaskill! Ja, Skill sucht ihr hier. Oh! Was? Rasenmäher? Eine Rasenmäher! Muchachos, ich hoffe ihr habt mal wieder Bock auf dem Rasenmäherparcours erglänzt. Aber ja, Skill sucht ihr hier vergebens. Da braucht ihr auch gar nicht erst bei Ares vorbeischauen. Da ist es nämlich noch schlimmer. Da bewegt sich der Skill so im Minusbereich. Und wir... Wir starten jetzt mit Ares und Deko diese doch verwirrende Map direkt am Anfang. Was passiert hier, ey? Hä? Richtig weird, oder? Wo ist der Rasenmäher? Hallo! Ich dachte, die bekommen hier nen Rasenmäher. Wo ist überhaupt irgendwas? Okay, ich sterbe mal. Ne, ich geht da rüber. Wenn man nicht meinen Fallschirm schön früh zünden kann. Hi Mr. Ares! Hallo! Hallo! Ich habe leider zwischendurch schon meinen Fallschirm geöffnet. Das war super dämlich. Hallo! Oh! Wenn ich den Jürgen gerade so sehe. Ähm, wir haben... Ich bin gerade echt abfliegen wie eine Möbe, ne? Ja. Da wollte ich drauf eingehen. Wir haben noch ein, zwei Parcours. Ich glaube von Dr. Rams war das. Wuiiii! Oh, ein Rasenmäher. Dein Ernst. Von Dr. Rams, der uns da angehend so ein Parcours gebaut hat. Wo man durch ganz kleine Löcher durchgleiten muss. Mit dem Fallschirm. Oder mit der Person an sich. Und ich habe mir in seine Videos reingeschaut. Das ist für uns unmöglich. Also die eine oder andere Anfrage habe ich schon gesehen von ihm. Aber tut mir leid, das ist zu kranker Scheiß. Ähm, das werden wir in 100 Jahren nicht schaffen. Deswegen Dankeschön für die Map-Einsendung. Aber so langsam wissen wir, was wir können und was wir nicht können. Hallo. Ist das das U-Boot? Es ist das U-Boot-Auto. Hallo. Toreoador. Geil, oder? Ja. Verkarrt. Ja, fein, fein. Okay. Ich hoffe, wir haben alle neun Leute, die gerade zufällig komischerweise auf dieses Video gekickt haben, schon wieder weggecringed. Und einen wunderschönen Hakuna. Muchachos. Einen wunderschönen guten Reis. Einen wunderschönen guten... Dekopiert mal bitte, dann ist das nämlich für alles. Einen wunderschönen guten... Nein, mach's selber. Genau. Jetzt könnt ihr dort beliebige Sachen einfügen. Was? Was? Ja, jetzt reicht's langsam. Mach's so... Digga. Inflationäre Sachen benutzen. Hallo. Hallo. Ähm. Hallo? Oh. Oh, wir müssen eigentlich in diese Richtung und ich glaube, ich hab keine Boost mehr, oder? Hallo? Oh, ich spring ganz knapp drauf. Oh. Ich hab mein... Ich komm übrigens. Hä? Warum boostet der nicht weiter? Okay. Also die Popolöcher, die sind ja easy. Ah, das kannst du mal mit uns sprechen, was da ist schwierig. Ich... Ja, der ist... Der ist kacke. No! Wieder verkackt, alter. Ey, ey. Boah, ey! Ja. Boah, ey. Aber dafür kriegst du den Boost auch schneller. Boah! 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 Okay, ich hab's. Easy. Also, was ist dein Problem? Hä? Wie steil da oben soll ich denn da noch boosten? Oh, warte, kann ich ihn jetzt nochmal wegbeißen? Arschkrim-Boot hier. Ja, da kommt er. Wieder zu niedrig. Ey. Okay, also. Aris, ich geb dir nen Tipp. Du bist ja relativ häufig schon hier. Booste vorher nochmal. Der Boost, der richtig schnell wegrasiert wird, bekommst du den im Flug nochmal. Und kannst dann direkt wieder boosten. Okay. Das ist, das ist die magische Miesmuschel. Ja, der, das kann Deko jetzt machen. Booste kurz davor, ne? Hast du ihn jetzt nochmal? Brauch ihn nicht, aber... Ohhhh! 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 Alter. Digger, da kommt jetzt alle wütendlich, ne? Alter, Digger, wir sind verloren. Nein! Wir sind verloren. Alter, was? Was ist das für ein kleines Löchlein? Geil, auf so ne Scheiße stehe ich, ey. Auf kleine Löchlein? Warte mal. Also, das Problem ist, dass der eben auch... Also, das Ding ist, Deko, du könntest es mit der ultimativen Ninja-Technik-Technik machen. Du musst, du musst danach das Teil genommen nochmal machen. Hä? Nein! 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 Echt? Ja. Wollen wir sagen, Ninja-Technik ist erlaubt? Ja. Was ist die Ninja-Technik? Die Ninja-Technik ist oben drauf, landen, dann landen. Und dann, ja. Und dann was? Und dann reinboosten. Ja. Ja. Also, also... Also... Ach so. Also, ich hätte jetzt gesagt, einmal würde man das vielleicht irgendwie random schaffen, aber zwei mit hintereinander? Never, Digga. Never. Ja. Ja, weil ihr beide nur am Cheaten seid, ey. Cheater wissen, wovon sie reden. Ja, ist doch so, oder was? Mit einer komischen Unkoral-Technik auch noch die ganze Zeit. Ey, Unkoral ist keine Skitechnik. Da muss ich auch nochmal dazu sagen. Nein! Nein! Wo ist denn warum? Ach! Wo? In welchem Universum? Die Technik heißt Koralle. Ja, und eine andere Technik ist unk... Unkoral ist ohne Technik. Halt doch, die... Dieser Typ, ey. Ey, das ist eine ganz normale Argumentation. Was denn? Die hab ich nicht verstanden. Ernsthaft? Nein. Oh! Gib mir Klaps! Hallo! Ähm, warum krieg ich den Punkt hier nicht? Ja, weil... Weiß ich nicht, aber... Fuck! Ich krieg den Punkt hier nicht. Warte mal. Ich mach's jetzt so, dass ich, ähm... Sprenge. Ich dreh mich einmal. Nein. Warum? Ey, ich wollt mich doch nur drehen, ey. Ich will doch nur spielen. Was hast du gemacht? Ich hab den Punkt nicht bekommen. Keine Ahnung warum. Ey, find's aber auch krass, dass man den Sprung jetzt zweimal machen muss, ey. Bisschen unverhältnismäßig finde ich, ja. Ziemlich unverhältnismäßig, ja. Also das Ding einmal hinzubekommen finde ich schon schwierig. Warte mal, so. Ich mach jetzt mal langsamer. So. Und jetzt? Zweimal... Ah, vor allem... Hä? Ich bin so schlecht, ey. Es ist vorbei. Ich geh keinen Punkt. Das ist so schlecht, was ich gerade mache. Äh, okay. Hi. 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 Egal, wie? Wie war's denn? Achso. Achso. Ich war jetzt zweimal drin. Ich dachte, wir machen das mit der Nier-Technik. Ja, ihr macht ja auch Nier-Technik. Ihr seid ja Muschis. Und am Ende heißt es wieder, wenn die was nicht hinbekommen... Ich bin, ich bin drinnen ohne Lachs. Ohne Nier-Technik. Ich bin richtig legit rein. Ja und? Kriegst du den Punkt? Nee. Ja. Jetzt willkommen in meinem Leben. Jetzt überlege ich gerade, was ich machen soll. Ich will... Oh, ich wär sogar auch drin. Ich war leider ein bisschen zu weit links. Habt ihr gute Spawns? Ah, jetzt hab ich ja nicht auch mal einen geraden Spawn. Geil. Nein. Meine Spawns waren die ganze Zeit kacke. Ey. Ich bin dort vorbeigefallen. Ich hab versucht, die Rampe hochzufahren. Ey, das kann doch nicht euer 1 sein. Und mich mit nur Fins nach hinten zu drehen und zu boosten. Okay, ich versuch's jetzt auch nochmal. Ich bin so weit gewesen. Hallo Jungs. Oh. Ey, ich bin wieder am Start. Ey, ich bin nice. Abin, sag auf Bescheid, wenn ich richtig ausgerichtet bin für den Spiel. Warte. Ich mach's jetzt nochmal so. Huah. Warte, weiter, 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 weiter. Jetzt. Hast du ihn? Ja. First Try. Okay. Sag dir auch. Ja. First Try und ohne Hilfe und so. Weiter, 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 und jetzt. Abin. Sehr gut. Die Frage ist, ist das ein Fake-Punkt? Na ja, warte. Willst du mal kurz, äh. Sporen mal. Zitzt herauf. Ich wusste, du bist so ein Bastard, Alter. Und? Oh. Oh, schade. Ja gut, ich hab den sogar real gemacht. Bin auch ohne, ohne die Genier-Technik bin ich jetzt hier reingekommen bei den Try. Ja. Ja. Echt? Ja, verpiss dich hier jetzt. Okay. Warte, 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 warte. Ist nicht mein Batman-Glas. Ey. Schon wieder, ne? Ist nicht mein Batman-Glas, was? Family Guy. Kennst du nicht? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hallo. Ey, ficken Arsch, Alter. Genau. Ey. Alter. Warte, 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 jetzt, 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 jetzt. Ja, ab ihn. Warum hast du mir nicht vertraut? Marvin wollte nicht rollen. Ja. Jetzt fahrt doch. Ja, Arsch steht vor mir. Ey, Marvin. Verpiss dich doch einfach, bitte. Ey, hau doch mal ab, ey. Marvin kann wieder fahren, ne? Nee. Die haben mich doch jetzt auch 5.000 weiter gefickt, ey. Ich hab gesagt, Marvin kann wieder fahren, du Fickopf. Oh, Fickopf. Ist das schön salzig schon wieder. Ich feiere es, ey. Oh, ist das geil. So, zack. Oh. Gibt es hier eine mittlere Spawn? Nein. Ey, nicht die Ninja Technik. Ist nur einer. Wir dachten am Anfang, es wäre nur, nur ein Jump. Ninja Technik ist hier, Boxer Shorts. So. Fabius versucht es auf jeden Fall bei deiner Technik. Gar nicht. Ich bin vorne. Hallo. Ey, du hast grad schon die Ninja Technik gemacht. Du hast verkackt dabei. Du hast es gemacht. Ja, ey. Ey, deine Mutter. Was hab ich mit eurem Scheiß zu tun, ey. Ein bisschen weiter nach oben, aber ich wäre auch viel zu weit links und rechts. Aber wir haben alle einen beschissenen Spawn, das freut mich. Nein. So ein Trottel, Alter. Nein. Oh mein Gott. So ein Trottel. Nein, ich wollte ihn, ich wollte ihn wieder trollen. Nein, ich hab wieder verkackt. Gleich ein bisschen verdient, oder? Oh, komm ich rein? Oh mein Gott, ich bin fast reingekommen. Durch meinen Trollversuch. Ich muss noch mehr Trollpunkte laden. Und ich glaube, das gibt mir Energie. Dieser Kack. Ah ja, der Spawn ist richtig bescheiden, ey. Oh, ey. Oh, ich war fast drin, Mann. Dicke hat gerade viel zu wenig Troll hier, glaube ich. Deine Mama ist zu wenig Troll. Er geht wieder auf Mutter, wow. Dicke, wie alt bist du? Zwölf? Kopfjahr. Sag mal Tomate. Und dann Oma kann Karate. Ja, okay, hallo. Oh Mann. Wie alt warst du jetzt, sag mal? Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast ne alte Frau geküsst. Oh. Aber der Originalspruch war nackte Frau, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber es war zu unrealistisch jetzt, oder was? Verpiss dich. Schacko, ey. Unglaublich. Ey, Dicke, der Spawn ist so ein Schmutz-Hur, ey. Oh, das ist auch ein Schmutz-Hur. Ja, wenn du da runter trommst und dann mal hier herkommst. Trollbarometer aufgefüllt, er hat es geschafft. Ihr müsst euch mehr trollen, dann kriegt ihr es auch hin. Dann seid ihr Pro-Bosser. Easy, weasy, hallo. Easy, weasy. Ja, ja, ja. Oh. Oh, kann ich... Oh, oh. Hat er den Punkt? Keiner will Voll-Bosser sein. Mega-Posser dein Gesicht, ey. Wie soll der gehen jetzt hier? Ich dachte auch, du musst am Anfang speeden, aber ne. Dann einfach nur direkt nach oben, oder? Ja, du musst ja erstmal ausrichten. Oh, hi, Nico. Ey, mein Name ist. Oh, oh. Oh, fast. Ganz, ganz knapp. Oh. Ey, aber warum diese komischen Spawns, ey. Die sind so random, ey. Nicht Käse, also... Boah, die bleiben auch Käse. Oh. Hey, jetzt war es easy. Ich habe nichts anderes gemacht. Nein, ich fahr... Ich fürchte, dass du das sagst. Also es ist easy. Du musst am Anfang... Es ist doch easy. Ich bin einfach nur an der Seite vorbeigefahren. Na, da habe ich zu lange gewartet. Egal. Ich will doch einfach nur fahren. So. Das muss ich mal ganz kurz ausrichten. Nein. Ja, jetzt habe ich es. Wie gesagt, einmal ausrichten und dann... Ist das gar kein Problem. Ja, weiter geht's. Ich will das nur spielen. Das besteht ja nur noch aus so einer Scheiße. Oh, ich glaube, du musst am Anfang aber einen Boost aktivieren. Meinst du echt? Ja. Es ist auf jeden Fall... Ey! Warum? Hast du wieder? Ja. Oh, okay. Aber ganz... Nein! Aber ganz lol. Ey, ich habe den Punkt nicht bekommen. Hä? Du hast verkackt? War doch mega easy. Ja, ich bin aber zu weit... Ja, ich kam auch von der Höhe super ran. Ey, warum komme ich manchmal richtig nice hoch und manchmal bin ich nur so... Ich war halb hoch genug. Das musst du deinen Hosen-Inhalt fragen. Also... Oder... Ja. Hallo. Clean, Junge. Ey, ich habe mich gerade perfekt aufgestellt. Es geht doch egal. Das klingt jetzt für mich nach einem Du-Problem, mein Freund zu kriegen. Scheiße, wir müssen los. Nein! Ja, mach's doch! Los! Los doch! Los doch! Los doch! Wunderbar! Wir machen das jetzt gemeinsam. Du hast du zwei Spiele an. Du hast du zwei Spiele an. Du hast du zwei Spiele an. Ja. Es ist geil, dass er sich so wehren kann mit den Speeds. Weil man den Speed auch Insta wieder hat. Oh, das ist schon irgendwie geil. Warte. Er verkackt, er verkackt, oder? Oh mein Gott! Hä? Was? Holy shit! Sack! Ich hab meinen Schraubfotz gelockt, Alter. Sorry. Ich dachte gerade, was... Was geht mit Dekos Stimme, Armel? Das wär geil gewesen. Hey, Deko, gehst du dir auch so hin? Hä? Deko, wo bist du denn? Ach, der kommt da langsam. Okay. Ne, ich komm. Oh. Oh. Ja, wir haben uns vielleicht, äh, 300 Mal hier grad weggetrollt. Und hatten vielleicht einen Try hier gerade. Was müssen wir denn Dekos auch noch weggtrollen hier? Nee. Hier, ich bin weg! Ciao, Guys! Wir sehen uns im Himmel, hallo! Du bist englisch, du bist englisch hier. Hä? Nein, 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 nein. Nein, warum? Warum? Nein! Jetzt mal... Ey! Los! Nochmal irgendwie! Nochmal irgendwie! Das tue ich da hinten immer noch treu, finde ich geil, ey. Nee, da hab ich Deko noch geschuldet. Aber jetzt mal... Okay, jetzt alle gemeinsam. Los! Ja, du kannst doch, du blinkst doch! Geh da rein! Oh, ja, nach hinten. Ja, ja. Alter, wir machen das so. Drei, zwei, eins, jetzt go! Hup! Ich bin Schiller auf jeden Fall. Es geht! Nein, nein! Also, ich hab's gerade geschafft, an dem Ding runter zu rollen und hab dadurch nochmal wieder einen Boost bekommen. Jetzt mal... Wieso hab ich den Pute geschafft? Komm! Achso, echt? Ich komm nicht beim Ansatz hoch. Ja, der ist ein bisschen schwieriger hier. Okay, jetzt machen wir real, ne? Jetzt machen wir real. Alter! Okay, ähm... Ja! Hä? Na? Nein! Digga, ich hab auch keine Ahnung. Was? Zwei Stunden Fehlschläge gegen Kammer. Vielleicht ist es ja senkrecht irgendwie falsch. Ich hab auch keine Ahnung! Wie hat... Geh mal den Winkel vor, Aris. Wie hast du dich hingeballert? Ich bin krass nach oben gelegt. Ja, okay. Das hat funktioniert. Kann sein, dass das Glück ist? Also, noch steiler als senkrecht nach oben kann man ja auch gar nicht. Ja, eben. Ne, also... Ne. Hab ich einfach... Hat der irgendwie so zwei Ladungen Boost? Ne. Dass er manchmal mehr Boost hat und dann wieder weniger? Lalalala, ey, Karate, bin zu blöd. Ja, hallo. Ja, so wie Deku hier zum Beispiel. Ey, und ich bin nicht richtig ausgerichtet gewesen. Fall vorbei, Alter. Aber du bist ja viel zu weit. Also, viel zu hochgegetet, also... Aber ich weiß auch nicht... Ich hab nichts anders gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ja so random, Alter. Das ist ja so random. Aber du warst ja viel zu hoch. Ich war richtig krass hoch. Ja, ich bin drüber geflogen. Dann ist das wieder ne Technik-Sache wahrscheinlich. Also, was heißt ne Technik? Also... Keine Ahnung. Wie hast du das geschafft, viel zu hoch zu sein? Also, bei mir war es ultra... Close, irgendwie. Jetzt komm ich wieder nicht an, der ist hoch genug. Hä? Digga, das ist... Fuck, Alter. Ram mich jetzt drauf! Bitte ram mich drauf! Also, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist nur mit Num5 und Num8 so ein bisschen segeln. Aber es hat nur ein bisschen besser funktioniert. Ey, how? Digga, wie hier rumgereicht wurde. Wo hast du denn jetzt gerade Probleme, Aris? Also, wir verkacken ja, weil es nicht geht. Wo verkackst du? Äh, ich hab jetzt hier so kleine Sprünge. Muss mich dann auch wieder krass nach hinten lehnen. Aber, meine, wieder einen zweiten Speed bekommen, aber... Irgendwie... Gefühlt nach links oder rechts. Ich komm halt nicht sauber auf, dass ich meine Sprünge hier machen kann. Ist nicht so ganz einfach. Ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, was ihr dann so lucky first try macht oder so ein Scheiß, ey. Ich sehe es kaum. Ja, das ist random, also... Wir werden hier noch ein bisschen hängen, glaube ich. Okay, ich habe es jetzt mal so gemacht, Deko, dass ich viel krasser als sonst einfach nur um 5 drücke. Das war minimal besser. Ich habe Schmerzen. Oh, ich hab's. Nice. Da durch, oder? Boah. Ich hab gefühlt mich nach hinten gelebt noch, ja. Wie nach hinten? Okay. Also nicht nur senkrecht, sondern noch weiter. Ja, genau. Das testet sich jetzt gerade auf. Noch weiter. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich gehe hier nur nach oben. Ja, okay. Ja, zumindest kommt hier einer noch weiter, ne. Hallo. Hallo. Ja, du bist ja gleich bei mir. Heißer muss ich noch weiterkommen. Das geht auch, ey. Junge, Mann. Das fängt direkt mit der nächsten Scheiße an, ey. Ey, es kann nicht beschissen sein, jetzt der hier. Okay, da bin ich gespannt. Ist ne... ne Theorie. Erinnerst du dich an zwei Stunden Fehlschläge? Bestimmt, oder? Natürlich, Brudi. Natürlich. Den Scheiß muss Deko gerade mit der Karre machen. Okay, aber kann man Curb... Curb boosten? Nee, ne? Braust du nicht. Nee. Ja. Es gibt doch keine Curbs hier. So. Stimmt, der hat die andersrum gedreht. Bei der zwei Stunden Fehlschläge, da waren die Curbs ja da. So eine legendäre Folge. Knapp, okay. Knapp, 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 knapp. Aber ja, man muss nicht irgendwie übersteuern. Ey, Mann, so ein Arsch-Klabuster! Ey, Mann, du musst hier ehrlich bei dem zweiten Ding genau am Anfang landen, sonst schaffst du es nicht. Du musst auch deine Katze spielen. Ja, das wäre ziemlich witzig. Du hättest dich öfters frei. Wahrscheinlich ist sie besser als du. Oh, ich das wollte ich nicht sagen. Ach, der, der hinter dir ist so etwas. Ich laber mich doch nicht voll. Ey, Digga, ich hätte es jetzt das erste Mal geschafft und Fuß vorbei, ne? Digga. Hahaha. Aber, was ich gemacht habe, ich bin richtig heftig nur nach hinten gegheatet. Das war echt besser. Oh, ich bin bei Ares. Ey. Booth, booth, booth. Oh, meine Fresse, ey. Ja. Was ist das? Das ist ja keine Kacke. Seitlicher Spawn, nice. Es bleibt interessant, okay. Also, äh, was? Ey. Ey, das ist ja. Oh, okay. Und auch am Ende brauche ich uns. Nein. Digga, zum zweiten Mal. Da schluss ich rechts dran vorbei, ne? Kannst du einfach drauf fahren, oder? Oh, okay. Jetzt müssen wir uns auch mal richtig ausrichten. Hast du einen Spawn zum geradeausfahren? Ne. Ich richte mich auch immer aus. Ah, jetzt habe ich einen, aber das funktioniert trotzdem nicht. Der ist nicht exakt gerade. Ah, das ver-x-t mich dann immer bei Spunk 2 oder 3. Komm drauf, bitte. Bitte. Ja, ha, ha, endlich, Digga. Du musst einfach dich zurückbrezeln. Oh, ich hab's endlich. Oh, ich hab's endlich. Oh, ich hab's endlich. Finally. See ya, Nerd. Alter. See ya, Nerd. Ey, unglaublich. Ey, was ne Scheiße. So, jetzt bin ich mal gespannt. See ya, Aris. Bin auch da. Ja. Nicht dein Ernst. Okay. Hallo. Das war einfach Kack-Boss da hinten. Ich weiß gar nicht, was euer Problem bei dem Punkt davor war. Schon jetzt, nochmal? Second try. Okay. Okay, bei dem MG ist böse. Wie, wie, wo, was? Einfach geradeaus war uns das Problem jetzt, oder wie? Äh, ja. Ja, also ich fand den relativ einfach eigentlich. Nein. Ey. Okay. Oh, 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 oh. Einfach nach oben kommen ist das Schwierige, ne? Ja. Ja, aber vor allem gerade, ne? Nein. Nein. Und ich falle der Straße vorbei, ey. Fick dich, ey. Digga, diese Meppe, ey. Nein. Darf ich nicht. Natürlich nicht. Ach so. Man darf den Booster am Ende gar nicht mehr benutzen, ne? Sonst ist man... Ja, haust den... Nein. Mooooon! Mond? Genau der. Mond. Mond. Mond, hab ich gesagt, ja. Ey, du Miese. Aber schön, euch zu sehen. Also in der Entfernung. Als Silhouette noch. Aber es ist schön, euch zu sehen, muss ich sagen. Komms ran, Mister. Ey, am Punkt vorbei. Mann! Ja, das war auch schon passiert. Wir kommen von der Welt. Okay, ja. Jetzt hab ich's glaube ich auch. Wenn ich... Alter 4-Technik? Ne. Äh, okay. Nein, zu hoch! Digga, ich bin einfach viel zu weit wieder gecruist, ne? Bin über eurem Wallet noch rübergeballert, ey. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber! Iaah, bin bei euch! Ohhhh. Egal, ich bin schon wieder rübergeflogen, aber ich hab jetzt den Punkt hier. Lol, okay. Bin rübergeflogen, aber ich hab es geschafft auf der Straße zu landen. Ah, was, what's next? Ah, ich hab ihn auch. Direkt eingesammelt. Boah. da fährt man nach oben und dann muss er den speed auf dem mcf nehmen oder lieber nicht nein ne ok hallo monsieur was machen wir? ich raff es auch nicht so ganz wohin? hey kann ich hier lang schicken oder was? oh nein oh oh ok habt ihr auch den punkt du hast den punkt also jetzt bin ich wieder bei euch alter du lachen ey so hat die punkke nicht du kleiner gieriger ey was ist denn das jetzt für ein fick alter das ist doch kein legend hier ja wohin müssen wir denn? hallo? äh wohin? ja zum punkt was denn der punkt? ach da wir haben eine plattform oh schaffe ich es für das try? oh 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 viel zu weit aber ok doch geht doch aber oder? ah ich glaube du kannst eigentlich da oben drauf fahren ja warte mal mach ich mal die keinen speed benutzen nur da oben drauf ja ja so hier ist doch eine straße oder? ja hier ist eine straße und jetzt das geht ja oh oh nein wie viel boost hat der? der boost bringt so gut wie nix nach vorne der bringt nichts wirklich gar nichts ok aber so hast du zumindest schon mal die richtige Ausrichtung ne? hallo? hallo das war so klar ey das war so klar verpiss dich nein ja er hat auch verkackt oh hallo aber ich hab aber ich hab mehr gelitten wolltest du mich hier wegkicken? wolltest du Lappen? ich hab den Punkt schon jetzt hat er dann nicht weh getan bitte 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 ey ja ey zick dich man BEL wir sind auf dem rücken von dieser komischen Rampe da drauf ich habe es gesagt, ich habe es oggipas Chelsea klar aber das klapp auch nicht ich habe es minimal verkackt okay was kommt jetzt? respawn respaw einfach mal okay hier lang ähm okay das ist falsch äh ja Achso, rückwärts wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Ey, ey, was? Ey, du kannst es aber auch eigentlich von dem Ding da oben drauf nicht schaffen, oder? Oh nein. Oh nein, Brody! Oh nein! Der letzte kickt mich raus, willst mich verarschen, ey! Oh, geil, ey! Was für eine geile Map jetzt gerade. Also, der Punkt ist heftig. Er wird euch ja wieder zerstören, denn wir haben wieder drei Windräder. Oh nein, nein, ey! Ich bin auf diesem Teil gelandet, wo du... Oh, oh, oh! Hallo! Bitte, nein! Ey! Ja. Ja! Oh! 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 Ich hab nur bei der einzigen Stelle verkackt die Random Bar, ja? Also. Danach hab ich alles sofort hinbekommen. Ey! Zu weit rechts! Komm auf diese Plattform nicht drauf, so! Ich hab vorher schon Boost aktiviert, ne? Rüberfahren, Boost aktivieren. Ja, ja, ich auch. Okay. Ja. Kommt trotzdem von der Entfernung her nicht drauf. Ein Arnes! Ey, Deko! Warum ziehst du denn nach rechts, Alter? Du müsstest doch nach links springen. Ja, eben! Weil man von rechts an links rüber muss. Da hattest du mir, ey! Lass es alt sein! Oh! Wupp! Ja! Oh! Zieh! Oh, nächster Punkt! Alter, Punktlandung, ja! Huh! Jetzt! Jetzt! Oh! Endlich, Alter! Hat das! Hat das! Was für eine schwere Geburt! Ey, nein, 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 nein! Wie kommt man jetzt an diesen komischen Looping-Scheiß dran? Ey, ich bin auf diesen Teil drauf! Rückwärts! Rückwärts, Misur! Weg von meinen Seester! Oh! Ja, ey, aber bisher alles andere super chillo und hat auch super funktioniert. Real Talk. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh! 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 Ey, wenn du da durchkommst, wenn du da durchkommst, der Letzte trifft mich, aber ich habe mich auch weggeäumelt. Nicht runtergeschlagen? Ne, ich bin gegen gefahren. Ja, oh Lackerl. Ey, jetzt muss man tauchen? Warum, Alter? Ja, also es gehört ja zum Toreador dazu, ne? Ja, und ist jedes Mal scheiße. Lass es Liebe sein! Äh, Aris, wo hast du noch deine Probleme? Ich habe ihn jetzt auch. Sehr schön. So, was dann? Was? Fahre, sag mal doch. Jetzt können wir mit dem Toreador auch unter Wasser boosten, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Come on! Oh, geil! Das wusste ich auch nicht. Bitte. Hä? Was soll ich denn machen? Warum habe ich jetzt... Warum habe ich keinen Boost? Wenn ich jetzt raten möchte, ich brauche den Speed, oder? Hm. So. Oh. Oh. Redig. Und irgendwie so. Irgendwie so. Oh. Okay. Also ich brauche jetzt ein bisschen Glück am Ende. Bin's geht da. Äh. Ja! Oh. Alter, meine Fresse war da schon wieder knapp. Ja. Alter, gerade durch. Buuu. Ey, nicht dein Ernst. Muss man schon sagen, war hart verdient, ey. War hart und verdient, ne? Ohne Scheiß. Ich bin überall wirklich gut durchgekommen. Das war nur der eine Punkt. Ähm. Loll. Hatte ich das First Trial gemacht? Ja, ich bin reingef... Also ich wusste nicht, dass da das Ziel schon in der Luft ist. Ey, Jäger. Bis vorhin wieser Ficker, ey. Unglaublich. Hä? Ich wusste nicht, Marvin ist so lange unterwegs, oder so lange vor uns gewesen. Und meinte, er ist richtig spuf durchgekommen. Ich bin einfach nur... First Trial. Ich bin einfach nur durchgefallen. Ne, ich bin 100V irgendwo gegengekantet. Ich wusste nicht, dass da das Ziel schon ist. Bescheid mal abchecken. Aber es war zwischendurch wieder richtig schön salzig, ey. Die Salzkruste, sie war wieder da. Der Schmied, er war wieder unterwegs. Daumen hoch, wenn es euch beinert hat. Meine Eier sind in Salzkruste eingelegt. Bis dann reingehauen. Ciao. Bye, bye. Bye, bye.